Hallo und herzlich willkommen zu einem Part hier auf dem Kanal. Wie ihr seht, spielen wir hier eine Runde Slither Eo. Don't run into the sneaks. Need to grow longer. Stellen wir mal um. Und dann wrecken wir. Gucken wir mal, was das hier wird. Oh, da ist auf jeden Fall ein großer. Joa, ne, aber vielleicht ist euch jetzt garantiert aufgefallen, dadurch, dass ihr das Video guckt, dass ich ein neues Mikrofon habe. Und das Mikrofon finde ich eigentlich recht gut. Das ist das Logitech G430. Bis jetzt komme ich damit auch sehr gut klar. Damit zu spielen ist auch echt schön, auch von der Soundqualität her halt. Mikrofon ist jetzt nicht gerade das Beste, was es gibt, aber ist trotzdem schön. Alles klar. Okay. Vielleicht nehmen wir dann auch mal einen anderen Skin. Was haben die denn noch? Nehmen wir mal den Reddit. Reddit. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Der hat mich aber gerade erschrocken. Was macht denn der jetzt? Push. Meins. Also das nehme ich auch gerne. Nein! Oh, sorry. Oh, das... Das war gerade richtig blöd. Meins, meins, meins. Alles meins, Alter. Direkt auf Länge 800. 1000 bin ich jetzt. 1100. So. Vergiss es. Ha. Eben kurz überholt. Nun ja. Ich war mir mal... Ich war letztens mal am überlegen, was ich mal für Videos bringen kann. Und momentan ist hier die Slither.io sehr beliebt. Und ich war auch am überlegen, ob ich Black Ops 3 hochlade. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Okay. Ja. Das war gerade meine Schuld. Nun ja. Versuchen wir es einfach weiter. Ja, wie gesagt. War ich am überlegen. Was kann ich hochladen? Was kann ich hochladen? Uh. Cool. Epic Fight. Na komm, Kai. Kai. Netter Kai. Meins. So. Na ja, zumindest war ich am überlegen, ob ich Black Ops 3 hochlade. Aber wie gesagt, da bin ich gerade noch am gucken. Dann werden, denke ich mal, weiterhin CSGO-Videos kommen. Und... Wohlgemerkt, bei CSGO werde ich halt gucken, dass ich mal eine schöne Runde habe. Aber momentan ist das eher nicht so. Also von daher, nicht wundern, dass kein CSGO kommt. Wie gesagt, ich lade ja auch nur dann hoch, wenn ich auch Lust habe, hochzuladen. Da ich ja für mich... Da ich gerne für mich selber entscheide. Und da ich momentan auch Prüfungen habe, ist das allgemein ein bisschen schwieriger. Nächste Woche habe ich zum Beispiel zwei Prüfungen. Ach Gott. Ja, das war gerade mein Fehler. So. Einfach weiter probieren. Weiter probieren. Weiter studieren. Nein, nicht studieren. Einfach weiter probieren. So. Zack. Das ist meins. Ja, ansonsten. Ihr könnt natürlich auch mit mir spielen, wenn ihr Lust habt. Also das ist meins. Ist der gerade gestorben? Oh, nee. Och Gott, was hat der denn für ein Glück? Bäm. Oh mein Gott, ich habe ihn. Oh. OMG. Dass ich den gerade bekommen habe, finde ich, ist echt ein Wunder. Och Gott, jetzt kreist er den einen ein. Oder auch nicht. Nein. Och, nee. Och. Das ist blöd. Das ist doch sehr blöd. Ach, einfach weiter versuchen. Stay positive. Wir können ja auch einfach mal versuchen, als Klein, so einen ganz großen Wurm wegzuholen, wie den hier gerade, der echtes Tempo vorliegt. Ja, den habe ich gerade zu spät gesehen. Ja, den habe ich gerade zu spät gesehen. Oh, Amerika. Amerika. Bin ich mir auch noch nicht so sicher. Okay... Ja, da kommt einem direkt ein Großer entgegen. Das ist natürlich blöd. Wusch. Wusch. Vielen Dank. Da kommt er direkt im Speed-Modus an. Oh nein, 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 nein. Vielen Dank. Ey, vergiss es. Vergiss es! Vergiss es! Another comeback! Oh Gott, nein! Wieso verrecken... Wieso verrecken eigentlich immer ich und nicht die anderen? Das hier ist die große Frage. Oh. Jo. So. Alles klar. Das war nicht... Schön. Hm. Naja. Kann man nicht ändern. Das kann man nicht ändern. Das kann man nicht ändern. Das kann man nicht ändern. Ich weiß nicht. Ich... Vielleicht... Vielleicht habt ihr auch Ideen, was ich mal bringen kann. Was ich an Content bringen kann. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht... Vielleicht ist da ja was Gutes bei. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Ich... 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 Dude. Der... Er versucht es. Aber das ist immer eins. Ne. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. So. Vielleicht kann ich ihn ja... oh mein gott darauf habe ich gewartet jetzt komme ich selbst hier mit speed tempo 100 an um das einzusammeln damit das keiner vor mir bekommt ich weiß ja nicht ob einer in der nähe ist dann 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 gucken wir einfach mal weiter so alles schon aufsammeln auf dem weg nach oben komm machen wir bei ihm mit so vielleicht können wir ja da einen wegholen oder auch nicht schade schade dann kann man nichts machen einfach weiter 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 so okay nein nein auch wir waren noch gleich schnell und er ist auch gestorben ja gut ich denke mal das ist erstmal ein krönender abschluss für diese runde wir werden uns dann einfach beim nächsten mal wieder sehen beim nächsten mal mal gucken was für ein video das sein wird und bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes wochenende beziehungsweise eine schöne woche und wir sehen uns dann beim nächsten mal noch mal